Kai und ich begrüßen euch recht herzlich auf der Bollerwagen-Tour.de-VU-Seite. Ja, moin moin und schön, dass du dabei bist. Heute die ersten bewegten Bilder hier auf diesen Seiten. Es gibt zwei aktuelle Clips von Kai und mir. Ein bisschen weiter unten, nach unten scrollen und dort werdet ihr fündig. Richtig, und da werdet ihr ein bisschen was über uns erfahren, nämlich 15 Fragen an Stefan. Und 15 Fragen an Kai. Da war jetzt schon mal viel Spaß und natürlich auch auf einen weiteren Besuch hier auf den Seiten. Und bis bald. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss, tschüss. Vielen Dank.